Und ich möchte gerne Elmar Broek ansprechen, wenn wir schon so weit sind mit den technischen Möglichkeiten in dieser Schalte. Ich glaube, ja, Elmar Broek, ich sehe Sie und ich glaube, Sie können mich schon hören. Elmar Broek, wir hatten eigentlich ja vor, über ein ganz anderes Thema zu sprechen, nämlich über Sie. Denn Sie waren jahrelang der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament. Sie geben diese Funktion jetzt ab an David McAllister. Jetzt könnte man Sie natürlich mit einem Augenzwinkern fragen, was machen Sie denn als nächstes? Was haben Sie Überraschendes vor? Aber um ganz ehrlich zu sein, ich würde lieber mit Ihnen über Martin Schulz sprechen, den Sie ja im Europaparlament über Jahre aus nächster Nähe erlebt haben. Wie reagieren Sie denn heute Nachmittag auf die vermutlich auch für Sie überraschenden Nachricht, dass Martin Schulz der nächste Kanzlerkandidat der SPD werden soll? Schon mit gemischten Gefühlen. Ich schätze ihn persönlich und das wird sich auch jetzt nicht verändern. Aber ich bin davon überzeugt, dass er es sehr schwer haben wird. Denn Meinungsumfragen sind das eine, solange man nicht in Berlin angekommen ist. Jetzt muss er sich um die kleinen Details der deutschen Innenpolitik kümmern. Und das dient oft nicht der Zustimmung der Bürger. Und ich glaube, da wird er einen schweren Gang zu gehen nahen, den aber sicherlich pflichtbewusst gehen wird. Zunächst war ja auch die Rede davon, dass Martin Schulz möglicherweise Außenminister wird. Das scheint ja jetzt nicht so zu sein. Sie als erfahrener Außenpolitiker können sich ja durchaus hineinfühlen und hineindenken in die Seele und in den Geist eines Außenministers. Was würden Sie denn dazu sagen, wenn Sigmar Gabriel Außenminister würde? Nun, ein Bundeswirtschaftsminister ist ja auch immer ein Stückchen Bundesaußenminister. Auf seinen Auslandsreisen, da er gerade auch die Zuständigkeit für Handelspolitik hat, sodass er da nicht völlig unerfahren sein wird. Und ich glaube, dass er die noch verbleibende Zeit bis zum September, Oktober dieses Jahres professionell ausfüllen wird. Wer es auch immer wird, auf den nächsten deutschen Außenminister und natürlich ganz klar auch auf die künftige Kanzlerin oder den künftigen Kanzler kommt weltpolitisch eine Konstellation zu, die sehr gewöhnungsbedürftig sein dürfte. Ich erwähne einfach nur den Brexit. Ich erwähne die Wahl des neuen amerikanischen Präsidenten Trump. Das sind alles auch Themen, die Sie natürlich beschäftigen und die Sie auch in den letzten Wochen und Monaten schon sehr beschäftigt haben. Worauf kommt es jetzt an? Was muss Europa jetzt tun, damit es einigermaßen zusammenhält und damit es einigermaßen in der Welt gehört wird? Ich glaube, dies muss die Stunde Europas werden. Wenn wir die Hinweise von Trump in der Handelspolitik hören, zur NATO und manchen anderen mehr, aber auch die Bedrohungen, die wir insgesamt haben, die mit Terror zu tun haben, Konsequenzen von Globalisierung, Politik Putins, aber auch die Migrationsfrage, dann heißt es, dass wir Europäer das nur gemeinsam bewältigen können. Und deswegen bin ich froh darüber, dass nicht nur die Bundeskanzlerin einer hervorragenden Europäerinnen ist, die Führungsfigur in Europa, dass auch das Spitzenpersonal der SPD trotz aller Unterschiede dieses proeuropäische Konzept hat, wie auch Vertreter etwa der Grünen und der FDP. Und wir müssen, glaube ich, hier deutlich machen, dass Europa diesen Kurs gehen wollen, wenn wir unser Interesse wahrnehmen wollen. Europa ist unser nationales Interesse und nicht das, was Petrus und Le Penz erklären, die zurückgehen wollen in die erste Hälfte des vorigen Jahrhunderts. Da ist ein Zeitpunkt des Nationalismus, was all die Kriege mit sich gebracht hat, unsere Zukunft gewährleistet werden kann. Und ich glaube, dass wir einen Wahlkampf zu führen haben in diesem Jahr, in dem wir deutlich die Unterschiede machen müssen, aber auch deutlich machen müssen, wo unsere gemeinsamen Interesse und Werte sind, damit Europa und die Demokratie auch danach den Bundestagswahlen eine gute Zukunft haben werden. Herr Brog, nun ist es natürlich viel von Ihnen verlangt, wenn Sie als CDU-Politiker ständig über SPD-Politiker reden sollen. Aber welchen Vorteil bringt es denn eventuell der SPD, eventuell Deutschland, wenn ein erfahrener Europapolitiker, der Martin Schulz ja zweifelsohne ist, jetzt in der Bundespolitik mitmischt? Sicherlich, er hat große europäische Erfahrung, er kennt die Verantwortlichen in Europa. Auf der anderen Seite hat er natürlich den Nachteil, dass er die Fallstrecke Berlins nicht kennt. Und damit muss er sich innerparteilich wie auch in der gesamten Politik auseinandersetzen. Und deswegen stellt sich die Frage, in welcher Weise er diesen Gang von Brüssel nach Berlin wirklich professionell gestalten kann und wie er das entsprechend umsetzen kann. Da habe ich meine Zweifel. Und ich glaube, dass aus diesem Grunde heraus dann doch die CDU mit Angela Merkel mit mehr Erfahrung auf dem richtigen Weg ist. Aber das wird eine interessante Auseinandersetzung, bei der ich aber sicher bin, dass die Bundeskanzlerin die Nase vor Ort haben wird. Wenn Sie jetzt als CDU-Politiker auch mal Kritik äußern sollen über den heutigen Tag, das, was da abgelaufen ist in der SPD, wie würden Sie das formulieren? Nun, das ist schon ein Villa-Kunterbund ein bisschen. Und man muss sehen, dass man sich nicht gerade nach dem Kanzlerkandidatenamt sich das für sich gefordert hat, sondern dass man merkt, dass man relativ wenig Chancen hat. Der Unterschied zwischen CDU, CSU und SPD sind 14, 15 Prozent bei den Meinungsumfragen. Aber ich kann Sigmar Gabriel verstehen, dass er diese Entscheidung privat für sich getroffen hat. Das findet meine Hochachtung, dass er diese Entscheidung so getroffen hat, weil, glaube ich, nicht nur politische Gründe dabei eine Rolle gespielt haben, so dass wir, glaube ich, als Demokraten miteinander umgehen, uns wertschätzen müssen. Aber in der Sache muss jetzt von heute an hart gestritten werden, egal wie schwer die Geburt bei der SPD war. Vielen Dank an Elmar Brok, den scheidenden Vorsitzenden des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten des Europäischen Parlaments. Dankeschön, Herr Brok. Ich danke auch, sehr herzlich. Vielen Dank.